ich heiße sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der goldpreis hat in dieser woche auf ein wichtiges retracement reagiert und befindet sich seit montag im erholungsmodus das wollen wir uns mal genauer anschauen den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handelbeziehung dies der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche legen wir direkt los wir sind im wochenchart gold hat anfang februar bei 1.958 dollar den höchsten stand seit neuneinhalb monaten erreicht dann kam es zu einem fehlausbruch und auch einer heftigen umkehr und für vier aufeinander folgende wochen ist der preis dann gefallen und dabei wurde das 78,6 prozent retracement der vorigen aufwärtsbewegung erreicht der rückgang betrug in der spitze bis zum jüngsten tief knapp acht prozent in dieser woche ist jedoch ein erholungsversuch zu erkennen die wir wollen hoffen dass das korrektur tief gesehen wurde der aufwärtstrend ist ja noch intakt und wir gehen jetzt noch mal in den tageschart seit montag zieht der goldpreis wieder an also ein leichtes plus am montag dann der fehlausbruch auf der unterseite am dienstag aber auch die anschlussgewinne und heute wird die erholung fortgesetzt im tageschart gibt es aufgrund oder es gibt im tageschart keine ungleichgewichte mehr ungleichgewichte mehr das bedeutet dass einem test hier oben rein theoretisch nichts mehr im wege stehen könnte also technisch gesehen zu knacken gilt es den hochpunkt bei 1847 dollar und an diesem widerstand würde sich dann entscheiden ob die käufer den kurzfristigen abwärtstrend beenden können trendfortsetzung im großen bild würde bedeuten dass das jahreshoch getestet und durchbrochen wird und dann könnten die bullen das hoch bei 1.800 1.998 dollar anvisieren spielraum für weitere korrekturen gibt es auch noch aber der spielraum wird jetzt deutlich geringer das entscheidende tief ist bei 1.766 dollar zu finden lasst gerne einen daumen da wenn euch der content gefallen hat mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal